Aber er hat ja irgendwas gesagt mit Guck dich an und bla bla bla. Aber was guckt einen denn da an? Oder was? Das ist nur Scheidemmacher kaputt auf einmal. Oh shit, ich bin in eine Falle getreten. Und noch eine. Fuck, ich bin fast tot. Hast du eine Bandage? Mein Bein ist gebrochen. Oh, ich seh doch nix. Scheiße, ich bin an conscious. Oh Gott, da hat er mich ja wieder verarscht. Ja, wie er da zwei hinlegt. Ja, kannst du mir einmal Stöcker machen? Und? Hoffentlich falle ich jetzt nicht noch irgendwo hin. Nee, der kommt nicht. Heute nicht. Heute nicht? Oh fuck. Es waren drei Fallen. Ich hab drei Fallen überlebt. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, es wird wieder hell, ne? Mein Leben, ey, ist es nur noch, warte, zwei Millimeter oder so? Ne, ist ein bisschen mehr. Ich habe noch 21 Leben. Oh, nein. Pass auf. Vielleicht hat er auch noch Sprengfallen oder so ein Scheiß. Ja, drei Stück. Ich habe alle drei ausgelöst. Ja, die kannst du einsammeln eigentlich. Sag mal. Pass auf, wenn du da rüber hüpfst. Oder. Oh, die kann man echt nicht nehmen. Ich? Dann bin ich tot. Ja, versteckst du dich da? Oh Gott. Pass auf, ne? Vielleicht ist da eine Sprengfalle dran. Guck lieber einmal außenrum. Was? Dann bin ich tot. Okay, warte. Siehst du was da dran? Dann geht irgendwie die Hölle los. Nimm die Waffe in die Hand. Ich schwöre dir, da kommt irgendwas oder so, oder? Da hinten ist jemand. Oh Gott. Ich habe Angst. Da hinten läuft einer rum, ne? Mit Licht. Oh. 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 Junge. Da sind zwei Leute, ne? Vielen Dank.